Anna-Maria schwanger, so süß gratulieren Sarah Nowak und Co. Schöner kann ein neues Jahr kaum starten, Model Anna-Maria Adam, 21, verkündete vor wenigen Minuten ihre Schwangerschaft. Die ehemalige Germanys Next-Top-Model Gandita Teen und ihr Freund Julian erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Doch nicht nur die Bald-Eltern und ihre Fans freuen sich über die Baby-Neves, auch die Promis lassen es sich nicht nehmen, zu gratulieren. Unter Schwangerschaftsverkündungspost auf Instagram tummeln sich zahlreiche Glückwünsche. Darunter hat sich auch der ein oder andere Promi versteckt. Unter anderem GNTM-Kollegin Rebek Kamir, 26, die ihre Freude kaum im Zaum halten kann, oh mein Gott! Herzlichen Glückwunsch! Auch Jigs der Bachelor-Star Sarah Harrison, 26, ist über die Neuigkeit total aus dem Häuschen, ah, herzlichen Glückwunsch! Du wirst eine tolle Mama, kommentiert sie die Schwangerschaft. Auch Netz-Beautila Mia Slimani gehört zu den Gratulanten, alles Gute und herzlichen Glückwunsch euch drei! Kurz und knapp fallen die Worte von YouTuberin Feier Montana aus, wo? Herzlichen Glückwunsch! Auch Schauspielerin Janina Use, 28, reagiert auf die Baby-Neves und schenkt Maria und Julian ein Dickensliege. Untertitelung des ZDF für funk, 2017